Hallo zusammen, ich bin der Armin Gohle. Ich mache meine Lehre bei der Firma Schenkenstor AG in Schönenwirt als Algen- und Apparatenbauer. Und mich zeige ich heute mal meinen Arbeitsalltag. Kommen wir doch mal mit. Eine meiner Hauptaufgaben ist das Scheren. Das heisst, dass man das Blech, das später eine Galerie oder ein Schutzdach für unsere Lamellenstorabdeckung wird, in die Maschine legt und auf das genaue Maß zuschneidet. Als Abkante gehört zu meinen Aufgaben. Ich tue auch Schweissen, Punkten und Stanzen. Es ist wichtig, dass man sehr genau arbeitet und den Kopf bei der Sache hat. Bei den Schenkenstorern kann ich schon viele Aufgaben selbstständig erledigen und Verantwortung übernehmen. Wenn ich mal nicht weiter weiss, kann ich jederzeit auf mein Lehrlingsbetreuer zugehen. Wir haben einen mega guten Zusammenhalt im Team und haben es auch privat voll gut. Wir sind wirklich alle sehr offen und hilfsbereit. Und man bekommt Halbtags-Abo, eine Beteiligung als Fitness, 7 Wochen Ferien im ersten Lehrjahr und wir haben eine 40-Stunden-Woche. Was mir besonders an diesem Beruf gefällt, ist, dass man wirklich etwas erschafft und schlussendlich auch ein Ergebnis sieht. Das Produkt, das wir herstellen, dient beispielsweise als Storrenkasten auf der Baustelle, die dann von unseren Storrenmonteuren montiert werden. Es gibt nach der Lehre viele Wiederbildungsmöglichkeiten. Als Anlage- und Apparatenbauer solltest du körperlich fit und zuverlässig sein und Freude an Mathe und Geometrie haben. Wenn dir dir gefallen hat, dann bewirb dich doch bei Schenkenstoren. Wir freuen uns auf dich.